hallo grüß euch zu einer neuen aufnahme von the darkness in der letzten folge haben wir den butscher geholfen seine leichenteile zu entsorgen was immer der gemacht hat keine ahnung und haben uns dann auch noch mit dem mafia typen und der polizei als fette straußenschlag geliefert wo wir größtenteils mit hilfe davon der dunkelheit durchgekommen sein weil das immer dungeballere bringt nichts man sollte schon schauen dass man ein bisschen was mit den zwei neuen freunden da anstellt wir sind da jetzt in der whitefield pool hall da sind wir hingeschickt flackernes licht ich hab doch viel zeit lang ... 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 Speichert, immer gut. Äh, okay. Leichter Fehler, tschuldigung. Nach den Passwortfragen sagen, du hast dich nur verlaufen. Ja, tschuldigung. Okay. Ich muss Harry sehen. Niemand sieht Harry ohne einen Punkt, dann. Geh verloren. Nix, vielleicht probieren wir uns anfangen auf die harte Tour. Vielleicht noch nicht die Tür auf. Oder wir können reinkriechen. Ja, mal probieren. Dann schauen wir, ob er doch passen überhaupt. So, okay. Ah. Ah. What? Okay. Wahrscheinlich zu viel Licht. Okay. Okay. So, wir saugen alles und dann wieder von hier. Okay. Oh. Da. Do your S, nun. Ah. Ah, nice! So we can... Ah, alles klar, ok. Ich hab grad vergessen, wie man, wie man, wie man, wie man, wie man die Leute angreift. Moment. Wie ging das noch schnell, hab ich ganz vergessen, verdammt. So. Woher, wohert das... Gut, also wie man sieht, ich hab schon länger mal gespült. Die Steuerung, ich meine, einfach so vertraut. Aber ich glaube, wir werden es bald rausfinden. So, wieder den Typ abknallen. Ein Blumenheit sagen. Dann wieder irgendwie... ... in das Fenster reinsteigen. Scha... Gehst du rein? Kleiner Wurm. Was ist denn knifflig? Okay. 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 Vielleicht jetzt. Ah. Ah. Und drin. Jawohl. Jetzt. Sieh auf. Komm schon. Jawohl. Junge, Junge. So. Sein paar Freunde herholen. Okay. Herz verschlingen. So. Aber jetzt. Komm her da. Ah. Ah. Jawohl. Geht doch. Ach. Jawohl. So gefällt mir das schon. So besser. Einer war da wieder, oder? Wo war der? Hier. Ah. Kommst du. Jawohl. So. Noch einer. Geht dir ganz gut das? Jawohl. Schein, dass dann werden alle kaputt. Und herzlos. Okay. Schauen wir noch kurz. Was? Ja. Ich glaube das war's. Gut. Schauen wir gleich weiter. Was ist der Vordergrund hier? Was ist der Vordergrund? Sie sind wahrscheinlich fragt, wer das ist. Well. Roach� Ich habe die Nacht geöffnet. Ich bin ein neuer Typ. Herr Tartal, du schweigst! Warum hast du dich zu Hause gemacht? Ich habe ein paar von meinen Leuten für einen kleinen Overtrag. Ich brauche ein paar Hilfe hier! Ah, du schweigst du kalt! Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist sie? Wo ist sie? Okay, wir haben etwas aufgekloppt Das anscheinend für die Telefonzellen nötig ist Ich hoffe Osman hat einen Flour Ich glaube es kommt mir bei Leute Ja Ich muss da es doch hat es verschlingen hat es verschlingen zurück raus ja zurück na 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 kommst du her das aus ok ok nur einer hätte ich mehr gedacht kleiner Pisser Stiege Gibt's das? Schweinehund ok hat sich versteckt St auf krabbeln mit dem Viech mit dem Dipper ok kleiner Minchala versteckt sich ganz einfach ok dann das geht ja nein oder ah wieder alles von vorne ok 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 Schwercheros. Ich habe eine Wiese die Befreude. Schwer! Ich ziehe es 15 mal auf dem Kopf, aber er trifft nicht. Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Das ist ein Harry, was du an I'm done here? Das ist ein Kind of face the one Sure Harry Take it easy I killed him myself Sure thing, Roach Why did you come over the mile of me? Jesus, who is that? What happened? Fucker Stone Cold Okay, Wasser ausglauben, Notiz ausglauben Ich habe alle Herzen verschlägen Dann geht es uns raus, muss nichts verkacken Verkacken nicht mal Sind ja nur zwei Leute Versuchen aufzuklettern mit dem Teil Aha Aha Zack, jawohl Okay Endlich Endlich Nach gefüllten drei Stunden versuchen Haben wir es geschafft Ah ja, es fällt schon genau Das sieht so aus, als müssten wir in das Fenster reinsteigen Ich hoffe du hast dich von Schwester Damit verabschiedet Das ist Fehler, Kollege. So, noch immer weniger. Mal rausschauen. Okay, okay. Okay. Wir müssen aufpassen, wo wir hinfahren mit dem Teil. Okay, ich stecke das komplett fest. Ach, komm schon. Komm schon! Ich glaube, das war es schon wieder. Ah, verdammt. Okay, wir sind Leute. Tja, wie ist du wohl? Okay, okay. Wir brauchen im Herz. Das ist ziemlich tricky mit diesem Ding hier. So, hier ist es noch. Komm schon. Komm schon. Okay, mal leider. Geht's nicht weiter? Okay. Ich gehe nicht weiter. Es ist immer blödes. Ich gehe nicht mehr. Ich bin jetzt. Geht's nicht weiter. Ich bin jetzt. Ich bin nicht weiter. wir dachten es kommt schon nicht so jetzt bamm 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 jawohl so geht das so wo ist nur einer stiege rauf ok ok jetzt schluss das hier fehlt noch hier ist noch nichts ok This one is evil Nice Okay, ich würde sagen, hier ist ein gutes Ende für diese Folge Sie sind leider wieder etwas oft gestorben Müssen Sie mich entschuldigen dafür Ich hoffe, ich komme bald mal rein in das Spiel Das ist ziemlich tricky mit den ganzen Zielen und dem Steuern der Figuren Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal